Denn mit dieser flexiblen Weichfleischlichkeit haben Sie verstanden, dass die Ewigkeit sich nur, dieses Programm, dieser Code, diese Erinnerung sich nur in der flexiblen, weiter Fortspinnarbeit der Kloto erhalten kann und nicht in der Versteinerung, in Pyramiden bauen, in der Rückkehr vom Organischen ins Anorganische, Feste und Feiste und Unlebendige zurück. Einer toten, unbewegten, in sich geschlossenen, parmenideischen oder zenuschen, nicht mehr Welt, sondern einem Felsen, einem Diamant, einer Brechlinse.